Um die Jahrtausendwende herum, als man noch CDs hörte, waren sie ziemlich angesagt, die Buddha Bar Compilations, also Musik zwischen ESO, Ambient und Lounge. Ein bisschen Meeresrauschen dürfte auch dabei sein, ein paar Beats, aber nicht zu dolle. Also Musik, die nicht wehtat und die etwa für die Dauer eines Restaurantbesuchs erträglich war. Die passende Restaurantkette, die gab es da schon, die sogenannten Buddha Bars, die sich von Frankreich aus über den ganzen Erdball verbreiteten und einige Nachahmer fanden, denn der Buddha im Freizeitbereich, der kommt eben gut an. Auch im Yoga-Studio oder in der Gartenabteilung des Baumarktes steht er herum und wartet auf seinen Einsatz. Praktischen Glauben kann man das wohl nicht nennen, aber wie eigentlich sonst, frage ich den Philosophen und Bewusstseinsforscher Thomas Metzinger. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, es stimmt schon, buddhistische Motive sind zum Teil der Popkultur geworden und eigentlich ist das alles eine sehr peinliche Angelegenheit. Viele Leute haben Buddhas im Wohnzimmer oder als Gartenzwerge neben dem Teich im Garten. Es gibt coole Schuppen, in denen Buddhas an der Wand hängen. Es gibt diese Lounge-Musik. Man stelle sich jetzt mal vor, Reiche Inder würden coole Schuppen machen und den gekreuzigten Christus dahin hängen oder sich Kruzifixe in den Garten stecken, weil sie das irgendwie cool finden, woran die Europäer da scheinbar glauben. Also was wir da eigentlich machen, ist, wir beuten andere Kulturen aus, um unsere eigenen emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen und den meisten Leuten fehlt jedes tiefere Verständnis davon, was das eigentlich ist oder woher das kommt. Aber Herr Metzinger, das Interessante ist ja, dass der Buddha sich anscheinend nicht nur als Deko-Element besser eignet als der sterbende Jesus am Kreuz. Also ist der Buddhismus zugänglicher als andere Religionen, obwohl er aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt oder gerade deshalb? Ja, dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Also erstmal ist für uns Westler der Buddhismus natürlich deshalb interessant, weil er die einzige der fünf Großreligionen ist, die gar nicht über Gott spricht. Was ihn auch unglaublich interessant macht für kritisch eingestellte westliche Leute ist, dass es einfach eine Praxis gibt, eine über Jahrhunderte verfeinerte, ausgearbeitete Praxis der Meditation, mit der Leute selbst ihr Bewusstsein verändern können und selbst religiöse Erfahrungen machen können. Und ein dritter ganz wesentlicher Aspekt, den man auch nennen kann, ist, dass der Buddhismus eine ausgearbeitete Theorie über den menschlichen Geist hat. Es gibt eine richtige buddhistische Psychologie seit vielen Jahrhunderten und wir stellen jetzt halt fest, dass die sehr gut zu dem, was die westliche Hirnforschung entdeckt, passt. Es gibt dann noch so einen vierten Punkt, der den Buddhismus für viele Leute attraktiv macht, ist, dass der Buddhismus die friedlichste von den fünf Großreligionen ist. Es stimmt aber nicht ganz. Also in Myanmar gibt es heute buddhistische Hassprediger, die öffentlich zu Gewalt gegen Muslime aufrufen. Trotzdem, aufs Ganze gesehen, ist die Geschichte des Buddhismus eine extrem friedliche Geschichte und auch das zieht viele Leute an. Ja, diese Faszination ist ja überhaupt nicht neu. Die ersten Wessler gingen ja schon so in den 60er, 70er Jahren in den indischen Ashram und suchten die Erleuchtung. Glauben Sie, Sie haben es früher ernster gemeint mit der Religion als wir heute? Naja, es gibt zwei große Bewegungen. Das fing natürlich schon im 19. Jahrhundert mit den ersten Übersetzungen an, dass, sagen wir mal, Philosophen wie Schopenhauer den Buddhismus entdeckt haben. Aber dann ist etwas passiert, dass Tausende eigentlich Ende der 60er Jahre nach Indien sind, nachdem sie häufig auch hier sehr tiefe Erfahrungen mit Halluzinogenen gemacht hatten erstmals. Manche von den Leuten haben dann in Klöstern, in Tibet, Indien, Nepal lange meditiert, spirituelle Lehrer gefunden und sind dann zurückgekehrt. Und so ist eine erste Generation von westlichen Meditationslehrern entstanden hier. Und viele von denen suchen eine eigene, eine relativ säkulare Form von buddhistischer Praxis. Daraus ist zum Beispiel auch die moderne Achtsamkeitsbewegung entstanden, also mit völlig säkularen Programmen wie MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, die einfach nur das Praxiswissen extrahiert aus der buddhistischen Lehre und des Westlern ohne irgendwelchen Glauben oder autoritäre Verhältnisse zur Verfügung stellt. Kritisieren Sie das denn? Oder würden Sie sagen, klar, man nimmt sich aus dem Glauben das Beste heraus und wenn die Welt oder die Gesellschaft dann besser, friedlicher wird, bestens? Also viele von den Leuten, die sich tiefgehender und länger mit dem Thema beschäftigt haben, sehen diese Achtsamkeitswelle, die eine unglaubliche Verwässerung mit sich bringt, natürlich überwiegend mit einem weinenden Auge. Der Kernkritikpunkt ist, dass diese spirituelle Praxis dann stattfindet ohne einen ethischen Kontext. Das heißt, die Grundidee ist ja, dass wenn ich mich auf ein Meditationskissen setze, das selbst eine ethische Handlung ist, eine prosoziale Handlung. Das ist mein Beitrag, den ich zum Beispiel auch zum Gemeinwohl leiste, indem ich meinen eigenen Geist kläre, Mitgefühl entwickle und so weiter. Und was man jetzt in diesen extrem abgespeckten westlichen Versionen hat, sind Anwendungen beim Militär zum Beispiel, der achtsame Scharfschütze, der dadurch effektiver wird. Die Wirtschaft hat es entdeckt, kann diese Praxis natürlich systemstabilisierend wirken. Also die kann im Extremfall dazu führen, dass Menschen, andere Menschen noch besser ausbeuten können, noch effektiver. Es ist gut für die Karriere, es macht gesünder, es entspannt. Also es geht nicht mehr um Mitgefühl, sondern um die Stärkung des Egos eigentlich. In einer Abart ist es eigentlich nur noch eine Form von Selbstoptimierung in dem gesellschaftlichen Wettlauf. Es ist sogar eine Beihilfe zur Selbstausbeutung für Leute, die einfach nur immer besser und dann auch noch entspannt sein wollen. Das ist natürlich genau nicht das, was damals gemeint war. Da ging es um die Reduzierung von Leiden, das Erkennen der Ursachen von Leiden. Und wenn jetzt so eine verwässerte Achtsamkeitspraxis einfach in die kapitalistische Verwertungslogik eingebettet wird, dann wird es natürlich das Leiden mittelfristig erhöhen in der Welt, indem wir einfach noch besser, sagen wir mal, die Natur oder andere Leute ausbeuten. Sie setzen sich, Herr Metzinger, ja auch schon dafür ein, dass man diese Achtsamkeitspraxis, die Sie gerade erwähnt haben, an Schulen einführt, also Kindern beibringt, achtsam zu sein. Ja, ich bin ja auch Hochschullehrer und habe seit vielen Jahren Erfahrung mit jungen Leuten. Und so seit etwa sechs Jahren macht das wirklich überhaupt keinen Spaß mehr, weil man jetzt die Folgen dieser medialen Überflutung sieht, die verkürzten Aufmerksamkeitsspannen, die Leseschwierigkeiten, die Probleme, mit denen Studenten zu kämpfen haben. Und das natürliche Gegenmittel gegen die Risiken ist natürlich genau das. Das Rettende wächst auch, da wo die Gefahr ist. Wir wissen schon genau, was das perfekte Gegenmittel gegen das Problem ist, das wir eigentlich alle haben mit unseren Smartphones und unserem beschleunigten, digitalisierten Leben. Das ist eine säkularisierte Achtsamkeitspraxis. Und deswegen habe ich seit vielen Jahren schon gesagt, dass jedes Kind in der Schule eigentlich sowas wie einen kleinen Werkzeugkasten erhalten muss. Es lernt ja auch Schwimmen und Basketball spielen und Schreiben. Wir müssen einfach sowas wie eine neue Bewusstseinskultur entwickeln und unseren Kindern eben auch Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie ihre geistige Autonomie schützen. Also es gibt in Deutschland schon sehr viele Schulen, in denen sowas angeboten wird, auch weil die Eltern es fordern. Immer mehr Eltern wollen, dass ihr Kind auch sowas bekommt. Die Frage ist, wie sich diese soziale Bewegung jetzt kanalisiert und auch natürlich, wie man verhindert, dass es zu oberflächlich wird. Sie haben das in einem Film auch verarbeitet, ne? Ja, meine Frau ist Dokumentarfilmerin und wir haben zwei Filme zusammen gemacht. Einen kurzen für Lehrer, den gibt es umsonst. Und es gibt einen Kinofilm, der heißt das Stille Leuchten. Der hat am Sonntag in Frankfurt Premiere um 13 Uhr. Und da wird so ein bisschen diese neue Bewegung aus der Perspektive der Kinder aber geschildert. Was macht es eigentlich mit den Kindern? Die kommen auch selbst zu Wort, wenn sie solche Meditationsübungen in der Schule lernen. Ja, sie glauben, sie sehen, sich mit den Kindern, die Kinder an 있어요. Und da wird so ein bisschen diese requests, die Kinder anwärme teeht. Und da wird so, die Kinder anwärte. Und das ist ja auch immer auch ein bisschen das Baby anwärter, die Kinder anwärten will'S. Und da wird so schwerlen, ja, ist es bestimmt ein Kerips. Vielen Dank.